Hallo und herzlich willkommen in der Windows-Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie unter Windows 10 den alten Bildbetrachter wiederholen. Unter Windows 10 gibt es ja einen neuen Bildbetrachter, wenn wir uns zum Beispiel ein Bild hier ansehen, dieses hier, sehen Sie gleichzeitig auch den Verfasser der Videos, dann sehen Sie, öffnet das Microsoft mit einem eigenen Bildbetrachter. Wenn Sie aber sagen, nein, der gefällt mir nicht, ich möchte den alten Bildbetrachter, wie es damals der Fall war unter Windows 7 oder Windows 8, dann zeigen wir Ihnen, wie Sie das wieder zurückholen können. Wir drücken die Windows und die R-Taste und ich werde hier reg-editen. So, nun suchen wir uns folgenden Schlüssel und Unterschlüsseln. Ich habe mir das Ganze hier natürlich aufgeschrieben. Haki Lokalmaschine, das haben wir hier, dann Software, Microsoft und dann haben wir hier Windows Photo Viewer, Windows Photo Viewer und dann haben wir hier auch noch Capabilities und File Association. So, nun drücken wir hier im rechten Fenster und machen eine neue Zeichenfolge. Also rechts klicken, neue Zeichenfolge und benennen das Ganze mal in .jpg und drücken Enter. So, wenn wir das gemacht haben, öffnen wir das Ganze und geben hier als Wert Folgendes ein. Ich habe mir das Ganze kopiert. So, photoviewer.fileassociation.tiv. So, das kopiere ich mir hier und gebe das bei Wert ein und drücke auf OK. Im Prinzip war es das jetzt schon. Ich muss das Ganze natürlich mit allen Bildformaten wiederholen, wie zum Beispiel Rechtsklick, neue Zeichenfolge, hier .png eingeben, wieder Doppelklick, wieder das Ganze rein kopieren und OK. Natürlich muss ich das mit jedem Bildformat machen, wie JPEG, .png, .tiv, .bitmap, also BMP und alle anderen Formate, wenn Sie alle Formate mit diesem Programm geöffnet haben möchten. So, wir schließen das Ganze und testen jetzt das Ganze. Das heißt, ich gehe wieder zu meinen Bildern. Hier haben wir wieder unser Bild. Ich sage hier Rechtsklick, öffnen mit und dann habe ich hier automatisch Windows Fotoanzeige. Sie sehen, es hat wunderbar geklappt. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte immer mit diesem Programm geöffnet haben, dann Rechtsklick, öffnen mit, dann hier andere App auswählen. Hier machen wir ein Häkchen, weil immer diese App zum Öffnen von JPEG-Dateien verwenden, Windows Fotoanzeige auf OK und jetzt öffnen sich alle Bilder, wie Sie sehen, mit der alten Anzeige. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power, die E-Team.